Habit. Was ist ein Habit? Ein Habit ist ein zahnmedizinischer Fachbegriff. Ein Habit gehört zu den dummen Angewohnheiten, die in den meisten Fällen völlig unbewusst ablaufen. In der Zahnmedizin beziehen sich Habits auf den Kiefer bzw. spezielle Kieferabschnitte, die falsch belastet werden und so zu Kieferverformungen und Zahnschäden führen können.